Ja, ich bin Uli. Ich studiere bei der Firma Hirschmann Embedded Systems und bin jetzt im ersten Semester. Ich habe mich für den Studiengang Embedded Systems entschieden, da mich hardwarenahe Entwicklungen und die damit verbundenen Themen Elektronik und Informatik interessieren. Als Schnittstelle zwischen den beiden Themenfeldern kam dieser Studiengang für mich in Frage. Ein Semester ist aufgeteilt in einen dreimonatigen Theorie-Teil, der an der dualen Hochschule in Stuttgart stattfindet, sowie einen dreimonatigen Praxisteil, der im Unternehmen absolviert wird. Dort wird man die Möglichkeit haben, Projekte für die Studienarbeiten durchzuführen und die Praxiserfahrungen zu sammeln. Insgesamt umfasst das Studium sechs Semester und dauert damit drei Jahre. Das an der Hochschule erlernte Wissen kann direkt in der Praxis angewandt werden und dient als Grundlage für die Studienprojekte, die in der Firma durchgeführt werden. Im Bereich der Embedded Software werden dann verschiedene Entwicklungsteams durchlaufen, um Einblicke in die verschiedenen Arbeitsweisen zu erhalten. Mein Highlight ist die Integration in eine Abteilung und dort mitwirken zu können. Ebenfalls finde ich es gut, direkt in einem internationalen Team an hochwertigen Netzwerkgeräten zu arbeiten. Wichtig für den Studiengang sind Interesse an Mathe, Physik und an Elektronik, sowie das eigenständige Lernen und Arbeiten. Ebenfalls ist es wichtig, sich in einem Team einbringen zu können und mit Kolleginnen und Kollegen zusammen zu arbeiten. Englischkenntnisse sind ebenfalls wichtig, da in der Praxis die meisten Aufgaben und Hilfestellungen auf Englisch sind. Auch im Austausch im internationalen Praxisumfeld wird Englisch geredet. Gott, благодарForne und es hilft, es heilt dieudwählten. cited mit der개를 Turn mostraajern. Weder AnglischADE